Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play 9-Bit-Armies. Wir sind bei der Mission gegen alle Chancen. Dann schauen wir doch mal, was wir hier machen dürfen. Hardcore versucht uns zu töten, weil wir gegen ihn ermittelt haben. Unsere neue Mission besteht darin, Verteidigungsanlagen für ein Mauerbauteam der Exile Zone aufzubauen. Die Überlebensrate für diese Mission beträgt etwa 5%. Wir werden diese Chance übertreffen. Aua. So, Bronze, errichte Mega-Raketentürme an allen festgelegten Positionen. Dafür schalten wir das Arsenal frei, den Kommando und den Lufttransport. Alle feindlichen Mega-Radare zerstören, sorgt dafür, dass wir mit einem Fuhrpark, zwei MG-Türme und zwei Artillerie starten. Das sollte ich für machbar halten. Die anderen Sachen, naja, 15 Minuten, finde ich halt immer ein bisschen schwierig. Ich mag Zeitziele einfach nicht und deswegen werde ich sie wahrscheinlich lassen, aber egal. Ich würde sagen, den nehmen wir als Letztes. Jetzt erst mal hier so am Rand den Rand sichern, hier damit sichern wir ja die Brücken. Major, Major, Sie haben Central vielleicht mit Ihrem ungeschickten Hacker-Versucht getäuscht, aber ich weiß das besser. Ich denke, Sie müssen verstehen, wer hier das Sagen hat. Sie sind nun mit der Verteidigung der Mauer betraut. Die Sentinels haben in einer durchbruchenden Exilzone eine Forschungseinrichtung eingerichtet. Sie müssen innerhalb der Zone Verteidigungsanlagen aufbauen und diese halten, bis das Ingenieur-Team eintrifft um die... da fehlt der Text mal wieder. Während sie dort sind, werden sie das Senderadar der Sentinels zerstören, um zu verhindern, dass sie Informationen preisgeben. Ich habe ein Commando-Team geschickt, um die Aufgabe zu erledigen, aber sie haben sich nie gemeldet. Schade, wirklich. Falls Sie sich fragen, ich erwarte nicht, dass Sie das überleben. Ich werde bei Ihrer Beerdigung angemessen weinen. Das glaube ich nicht. Okay, du stehst jetzt ein bisschen suboptimal, muss ich gestehen. Aber egal, wir machen erstmal eine Raffinerie hierhin. Und wir könnten ja schon mal mit ein paar Türmchen anfangen, wenn wir denn da Reichweite hätten, verdammt. Schade. Naja, ich bin schon früher oder später. So, zwei Raffinerien haben wir. Machen wir hier erstmal ein Kraftwerk hin. Wir müssen hier hochkommen, machen dann hier ein paar Türmchen. Das gleiche machen wir dann hier auf der linken Seite. Und dann sichern wir hier noch unsere Hauptbasisabgang. Dann wird entsprechend aufgebaut. Wir können ja schon mal mit dem Absicht in der Hauptbasis hier anfangen. Konstruktion. So, komme ich jetzt hier hoch? Ja, ich komme da hoch, sehr schön. Äh, warte mal, ich könnte versuchen, hier noch weiterzukommen. Ich glaube, wir haben drei Felder, genau, dann muss der da hin. Moment, kann ich abbrechen. Ja, das passt, sehr gut. Brauche ich hier dann im Ersten so so ein Mega-MG-Turm hin. Und ich fange hier schon mal mit einer Marine an. Damit wir alles nach und nach schön aufbauen können. So, ich glaube, hier unten nützt uns das Radar etwas mehr, als wenn wir es jetzt hier ganz oben hochklatschen würden. Ach, stimmt, wir können jetzt die schweren Panzer machen. Haha. Da freue ich mich drauf. Ich überlege gerade, lohnen sich dann die normalen Panzerbau-Fähren, wie die schweren machen können? Schwierig. Egal, ich baue jetzt die, die ich in die Pipeline gepackt habe, die baue ich zu Ende, aber... Darüber hinaus werde ich es dann wahrscheinlich lassen. Konstruktion. Konstruktion. So, sobald du fertig bist, fährst du mal bitte hier rüber und machst dies stattdessen leer. So, komm mach hin, ich will das große Radar haben. So, ich kann aber schon mal hinten alles freiknöbeln. So, ich kann aber schon mal hinten alles freiknöbeln. So, das wäre schon mal safe. So, Luftflucht wollte ich hier aufbauen. Oh, und ich sollte hier vielleicht mal ein bisschen Verteidigung hinstellen. Falls die von der See aus meinen rüber schiffen zu müssen. Air control complete. Constructing. Das war ein bisschen angriffslustig, die kleinen Mistkerle, aber wir kriegen sie trotzdem klein. So, komm, wir könnten jetzt natürlich auch schon mal ihn hinnehmen, um das hier entsprechend einmal aufzubauen. Ach, ein Tech-Labor wäre gut. Ne, Moment, habe ich es schon. Ha, praktisch. So, da kommen wir an ein paar Raketentürmchen hin. So, wo war das hier genau? Ja, du kriegst aufs Maul, Kollege. Das war irgendwie nicht so hart, wie ich es mir gewünscht hätte, aber trotzdem ist es aufs Maul. Ich sollte hier noch ein paar Raketentürme hinpacken, beziehungsweise zumindest mal mit meiner Armee, glaube ich, vorbeischauen, denn das sieht aus, als würde da ein grüner Angriff sich anwarnen. Oh yes, da kommt einiges auf uns zu. Aber solange die sich da jetzt schön gegenseitig bekriegen, sollen wir das recht sein. Oh nein. Constructing. Go ahead, Command. Rolling out. Rocket's turret under attack. Moving. Going down. All weapons go. Slow and steady. We're unstoppable. Rocket's turret under attack. Order short. Rolling out. Moving. Oh man, seid ihr nervig, Jungs. Hm, macht sich da ziemlich breit, muss ich sagen. Nein, ach verdammt, ihr seid doch die Zwei, mein Einsatzgruppe ist doch hier hinten. So, das hätten wir, dann machen wir doch mal kurz hier für uns mal ein paar Ingenieure, dass wir auch mal einen reparieren können. Wenn wir nicht hier permanent unter Belagerung stehen, machen wir jetzt mal hier die Quelle allen übelst platt. So, dann machen wir mal bitte zurück, Kollege. So, da ist das, was wir denn im Leben. Was ist das? so da wird repariert so Panzer werden jetzt auch repariert und ihr dürft euch wehren stellt euch vor ach Moment da war ja was sehr gut auch eine vernünftige verteidigung wunderbar so sollten es aber auf jeden fall bei die Gelegenheit mal hier irgendwo auf der Insel niederlassen um weitere Geldquellen zu erschließen weil unsere werden nicht ewig halten so sehr ich mir das wünsche ich versuche erstmal mich mit denen hier vorbeizuschleichen und das Radar hier platt zu machen vielleicht klappt es ja mit einem kleinen präzisen Geniestreich was ist das was ist das was ist die Mission So, auf nach Norden. Und mal schauen, ob wir da was gerissen kriegen. Das ist schon mal schlecht, Kollegen. Ja gut, selbst schuld, wenn ich die mit in die Gruppe ziehe, ne, und dann... Ja, jetzt habe ich noch nicht die Kollegen an den Hacken, die uns hinterher wollten. Aber es ist noch nicht tun, jetzt. Wow, diese verdammten Drohnen. Oi, oi, oi. Autsch, 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 das war... Okay, die Kamikaze dron, die sind zu heftig. Roger. Heading to location. On the way. Gumball ready. Setting course. Ready for war. Air support ready. Time to fly. Got your back. I can help. Yes, I'm out. We protect the shores. Our weapons ready. wir lassen noch mal schauen ob unsere marine ein bisschen was gebacken kriegt aber die hauen aber einen Schaden raus ich bin ja ein däm Ahead full. Enemy contact. Load the batteries. All speed. All weapons ready. Aha, es war knapp, aber es hat geklappt. Wenn die ankommen, kommt der doch bestimmt noch ans Radar, oder? Gibt's doch nicht. Die kommen jetzt nicht ans Radar, die ohne. Ja, dann musst du doch unsere Luftwaffe her. Ich hab denen noch den Befehl gegeben, nach rechts zu fliegen. Warum sind die jetzt nach oben geflogen? Und warum haben die anscheinend mal wieder eine Drohne mit der Fresse abgefangen? Mann! Ist doch Mist. Got your back. Roger. Heading to location. On the way. Orders. All weapons ready. Heading out. What is the mission? Engaging. Locked on target. I've got them. Rockets away.